Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 55 Cent, also wieder ein wenig nach oben gestiegen hier. Insgesamt ist der Markt auch wieder sehr im grünen Bereich. Wir sehen hier 45 Coins im grünen Bereich, Uniswap mit 70% gestiegen. Extrem crazy, was da auch wieder abging. Also so ist der Markt ziemlich unberechenbar. Bitcoin über 51.000 hat sich da auch gehalten. Und entsprechend ist der ganze Markt eigentlich so ein bisschen auf dem gleichen Stand geblieben. Aber dafür schauen wir auch einmal direkt rein. Und zwar hier von Bullrun Wonka. Und zwar geht es hier um die Tokenisierungsstrategie, die Ripple bzw. auch mit XRP jetzt in Zukunft gefahren werden soll. Und da werden hier von verschiedensten Institutionen die diversesten Zahlen hier einmal vorgestellt. Also wie viel Geld da potenziell im Markt verfügbar ist. Also hier beispielsweise wird von 867 Trillion, also bei uns Billionen, Dollar gesprochen. Die eben in dem traditionellen Markt stecken und die potenziell auch für die Tokenisierung genutzt werden könnten. Beziehungsweise, dass man halt eben diese Assets dann tokenisiert. 97% der institutionellen Anleger, also verschiedene große Banken, Finanzinstitutionen, Investment, Banker, Fonds, I don't know, sind sich einig, dass Tokenisierung das nächste große Ding im Bereich Asset Management, also Geldverwahrung, Geldverwaltung sein wird. Und der Anstieg, der da erwartet wird, ist ein 80x. Also schon gigantisch astronomische Zahlen, die hier genannt werden. Und das Ganze bis 2030. So wird es hier prognostiziert. Das wären ein bisschen mehr als 5 Jahre. Und meistens steigt sowas ja auch exponentiell an. Also so verändern sich ja die Zahlen meistens. Man kann also festhalten, der Markt, der hier alleine die Tokenisierung betrifft, ist gigantisch. Und könnte mit Abstand das größte Thema im Kryptobereich werden, auch für ganz, ganz lange Zeit. Gerade auch im Bereich Aktien, da kann man einiges tokenisieren. Es ist dadurch möglich, illiquide Gegenstände liquide zu machen oder liquidär zu machen. Dass man darüber zum Beispiel Teilinvestments in Immobilien vollzieht, ohne jetzt einen Fonds kaufen zu müssen und so weiter. Also all solche verschiedenen Wege sind da möglich. Und deswegen sehe ich da eine sehr, sehr gute Chance für Ripple, sich dort zu positionieren, mit XRP das Ganze da reinzubringen und dann das komplett zu rocken. Und mit Sicherheit sind schon andere Geschäftsleute darauf aufmerksam geworden. Denn hier haben wir beispielsweise von Ashley einmal eine mögliche Verbindung zwischen Amazon und Ripple. Denn sie spricht hier von Jeff Bezos, der bereits in Perplexity AI investiert hat. Also da ist er schon mit dabei. Und hier sind sie entsprechend auch verbunden mit Ripple. Und somit könnte eine mögliche Partnerschaft hier von Amazon und Ripple mit im Raum stehen. Ich bin mir zumindest sehr sicher, dass sie sich kennen und dass Jeff Bezos beispielsweise auch immer so die Top-Firmen in den verschiedensten Bereichen auf dem Schirm hat. Einfach auch, um zu gucken, wo man davon profitieren kann. Und deswegen denke ich, so ein Announcement. Also stellt euch mal wirklich vor, Ripple und Amazon wären jetzt hier irgendwo mit dabei. Über einen gemeinsamen Partner finden sie vielleicht zusammen und können dann eine Partnerschaft eingehen. Fände ich sehr, sehr spannend. Einige Teile sind hier auch AI generiert. Also muss man auch sagen, dass das Ganze so ein bisschen von der AI jetzt spekuliert wird. Was könnte sein? Wie könnte so eine Partnerschaft aussehen? Aber könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch ein realistischer Ansatz ist. Ob ihr sagt, hey, darüber könnte jetzt vielleicht auch eine Partnerschaft zustande kommen. Und das wäre für Amazon auch hilfreich. Lasst uns da wohl gerne mal in den Kommentaren ein wenig spekulieren. Dann geht es weiter vom CryptoWolf. Und hier geht es um die Klage. Nicht die Klage, die Ripple aktuell noch auszufechten hat. Sondern eine andere Klage, nämlich eine gegen Kraken. Kraken ist eine sehr große Kryptobörse, die jetzt auch in der Vergangenheit bereits XRP dealisten musste, dann wieder gelistet hat. Aber das Ganze ging immer ein wenig hin und her. Und jetzt nutzt aber Kraken das Outcome, also das Ergebnis aus der Ripple-Klage für ihre Verteidigung vor Gericht. Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, dass also auch andere Firmen davon in der Form profitieren können, dass sie das für ihre eigenen rechtlichen Schwierigkeiten vielleicht ein wenig vorlegen können als eine Art Präzedenzfall. Auch wenn der Fall noch nicht ganz abgeschlossen ist, kann man ja trotzdem sich auf einzelne Urteile daraus berufen. Und dort sehen wir eben, XRP ist keine Security. XRP wurde am 13. Juli letzten Jahres freigesprochen quasi. Und deswegen ist es keine Aktie von Ripple. Ist ein sehr wichtiger Ansatz, den man eben jetzt auch in anderen Fällen hier verwenden kann. Und ich glaube, das zeigt nochmal, was für einen großen Einfluss das Ganze hat. Also niemand hätte, glaube ich, denken können, dass das Ganze so groß wird damals, wo man die Klage zum ersten Mal gesehen hat. Und jetzt sind wir drei Jahre into it, haben verschiedenste Sachen erlebt mittlerweile. Höhen und Tiefen hatten dann Mitte letzten Jahres eben die finale Entscheidung. XRP ist keine Security. Aktuell werden noch andere Umstände geklärt mit den Verkäufen und so weiter. Rede ich ja hier auch öfter mal drüber. Aber gerade hier supportet es eben auch andere Firmen für deren Klage bzw. für deren rechtliche Verteidigung. Und dann habe ich das Gefühl, dass es irgendwie jeden Tag so ein bisschen weiter geht mit den Votes. Denn wir sind jetzt hier tatsächlich beim Automated Market Maker Vote bei 27 von 28, die benötigt sind. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Vote und dann ist das Ganze wieder aktiv. Also jetzt sind wir wirklich unendlich nah dran. Jetzt sind wir wirklich ganz, ganz knapp da. Von daher hoffe ich mal, dass wir jetzt vielleicht sogar heute noch den letzten Vote sehen. Das kann jetzt quasi jede Sekunde soweit sein. Und dann werden wir in zwei Wochen entsprechend das Feature auf dem XRP Ledger sehen. Ich freue mich super darauf. Ich bin sehr gespannt, welche Auswirkungen das Ganze in Sachen Liquidität haben wird für das ganze Netzwerk. Und ich glaube, ihr freut euch mindestens genauso sehr darauf wie ich. Wir haben jetzt lange genug gewartet. Ich hatte damals schon gehofft, dass es im November letzten Jahres live geht. Jetzt sind wir auch wieder zwei Monate weiter. Aber jetzt sollte es endlich mal wirklich passieren. Dann gab es einen Ausfall bei AVAX, nicht bei XRP. Und hier kam es zu einem Stopp von neuen Blöcken. Denn der Mempool war wohl überlastet über einen Fehler im Code. Und da sollte man eben ganz genau aufpassen. Das Ganze ist nämlich etwas, was sich schnell einschleichen kann, wenn man nicht beim Code vorsichtig ist. Und das Ganze ist ja auch immer eine produktive Live-Umgebung. Um ein Update dort einzuspielen, müssen auch sehr viele Leute zustimmen. Das sehen wir ja aktuell bei den neuen Updates auf dem XRP Ledger auch. Das heißt, das macht man nicht mal eben so. Und auch auf AVAX ist es nicht so zentralisiert, dass sie einfach mal eben das Ganze so runternehmen können. Und dann neuen Code einfach einfügen können. Sondern das muss immer schon durch gewisse Votes durchlaufen. Von daher muss man da wirklich sehr, sehr, sehr aufpassen. Hier in dem Fall waren es dann nur zwei, drei Stunden. Aber stellt euch mal vor, das Finanzsystem allgemein kommt zwei, drei Stunden zum Erliegen. Das würde absolut gar nicht funktionieren. Und genauso ist es hier eben auch. Also wenn man da sauber sein möchte, dann braucht man da auf jeden Fall Ausweichlösung. Und ich bin mir allgemein nicht ganz sicher, warum man nicht so eine Art Backup-Funktion einbauen kann. Also da habe ich jetzt schon öfter drüber nachgedacht. Vielleicht seid ihr technisch so versiert, dass ihr mir das auch mal erklären könntet. Aber ich habe mir da schon öfter die Frage gestellt, warum man nicht quasi im Hintergrund eine Art Backup-Netzwerk laufen lässt, das dann diese Kontrolle und sozusagen dieses Thema weiterführt. Wenn das Hauptnetzwerk auf der aktuellen Version irgendwie unterbrochen wurde, dann könnte man quasi parallel dazu eine andere Chain aufsetzen, die dann weiterläuft einfach und die das Ganze spiegelt so in gewisser Weise. Also ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ist so eine kleine Idee von mir gewesen. Habe ich schon öfter so drüber nachgedacht. Vielleicht gibt es ja schon Ansätze in dem Bereich. Fände ich auf jeden Fall sehr cool. Dann geht es weiter von Short the FOMO, denn auch im Bereich Hooks geht es voran. Das sehen wir hier einmal. Also der aktuelle Merge Nummer 4927 wurde jetzt hier als PR quasi angefragt und sollte jetzt auch hoffentlich bald übernommen werden. Wichtig zu wissen ist, dass das zwar primär ein Feature ist, was Ripple damals auch glaube ich angeleiert hat, aber das großteilig von der Community so entwickelt wurde, zumindest von den Leuten, von den Contributern, die ich da gesehen habe. Also finde ich schon einen sehr guten Ansatz. Allgemein ermöglicht Hooks es, dass man Smart Contracts auf dem XRP Ledger ausführt, ähnlich wie wir das jetzt gesehen haben bei dem Stellar Netzwerk, also XLM. Und so könnte es eben hier auch kommen. Natürlich muss es erstmal noch ins Testnetz. Das muss noch ganz viel getestet werden und so weiter. Also da sind wir jetzt noch nicht da, dass es irgendwie morgen in die Produktion geschoben wird, wie der gute Hussein hier sagt. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt bald da einige Updates sehen werden und dann vielleicht sogar das Ganze selbst testen können. Das wäre sehr, sehr nice. Dann geht es weiter von Emi und sie postet hier zwei Mails vom guten Satoshi Nakamoto. Und hier haben wir sehr viele interessante Sätze, die damals gedroppt wurden. Klar, es ist eigentlich sehr wenig Content quasi, der damals rausgebracht wurde von ihm. Ich meine, ich glaube auch er hätte sich nicht träumen lassen können oder diese Gruppe oder wer auch immer, hätte sich nicht träumen lassen können, dass es alles mal irgendwie so groß wird, wie es jetzt ist. Aber er hat damals eben hier auch schon über Ripple gesprochen. Das finde ich sehr interessant. Also Ripple ist interessant, sagt er. Es ist das einzige andere System, das etwas außer einem zentralisierten Server quasi hat. Also das einzige Netzwerk, was quasi eine Art Trust-System aufgebaut hat. Natürlich darf man nicht vergessen, das war eine andere Zeit damals. Also da gab es ja andere Coins wie Solana, AVEX und was auch immer noch überhaupt gar nicht. Und deswegen weiß man ja seine Meinung zu anderen Kryptowährungen nicht. Aber ich denke, in heutiger Zeit wäre er auch eigentlich schon ein Bitcoin-Maxi gewesen, so in der Richtung. Und es gibt noch eine andere sehr random Mail aus 2009 im Juni. Und dort haben sie hier drüber gesprochen, was für Pizza er mag. Und Satoshi antwortet hier, dass er Pizza mit Ananas, also klassische Ananas-Pizza oder auch mit Jalapenos sehr, sehr gerne mag. Und ja, ich weiß nicht, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch eine gute Kombination überhaupt ist oder ob ihr das überhaupt gar nicht mögt. Also ich kann dem Ganzen nichts abgewinnen, so mit Jalapenos und so, mit Schärfe, da kann man mich absolut jagen. Aber gut, es gibt ja Leute, die mögen das auch mit hier Ananas-Pizza und so weiter. Gut, das sollen sie machen, ist ja okay. Aber ja, das ist anscheinend the real Bitcoin-Pizza. Das ist also der einzig wahre Weg, wie man es am besten wahrscheinlich isst. Und dann finde ich noch sehr interessant, dass aktuell auf Twitter sehr viel Hintergrundwissen zum Thema Ripple rumgeht. Wie zum Beispiel hier Ryan Fugger, der damals schon 2004, da darf man sich mal auf der Tunge zergehen lassen, vor 20 Jahren war er schon in dem Bereich unterwegs. Und hat damals schon angefangen, in den Bereich Dezentralisierung reinzugehen. Natürlich, wie offiziell und auch wie real diese ganzen Dokumente sind, kann man jetzt 20 Jahre später wenig gut sagen. Also hier anscheinend die ersten Seiten irgendwie classic.ripplepay.com. Verschiedene Verbindungen hier in dem Bereich. Also finde ich alles sehr, sehr interessant, kann man sich definitiv mal anschauen. Aber man merkt hier schon, die Historie geht echt tief, tief, tief zurück. Wer da mal ein bisschen genaueres weiß, schreibt mir das auch gerne mal. Aber ja, ist schon wirklich sehr, sehr crazy. Dann geht es weiter vom XRP-Captain. Und hier haben wir einmal ein ziemlich schönes Descending Triangle. Da geht es hier weiter runter, um hier entsprechend einen Ausbruch starten zu können. Das wäre eine Möglichkeit. Also das ist der XRP-USDT-Chart. Und seit mehreren Tagen geht es hier permanent eigentlich seitwärts. Aber dann hier eben der gewisse Downtrend gewesen. Natürlich ist das alles sehr engmaschig. Also wir sind hier oben bei 57 Cent, hier unten bei 54 Cent. Das sind alles im Kryptomarkt ganz reguläre Schwankungen. Aber man sollte nicht vergessen, dass solche Muster trotzdem existieren. Und die Leute darauf basierend hin auch meistens handeln. Könnte sich also entsprechend hier entwickeln, dass wir einen Ausbruch erleben. Dann haben wir noch Stefan Huber. Und er postet hier einmal die Liste von den Top 100 Coins aktuell. Und sagt dann hier auf die Antwort hin, dass XRP aktuell ja sehr schlecht performt. Von Faisal sagt er hier, hey, das ist doch gar nicht wahr. XRP ist nur der dritt schlecht performste Coin in den Top 100 aktuell. Also er soll mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und natürlich kann man jetzt immer sagen, ja, ach, der performt da so schlecht und so weiter. Aber die meisten Leute würdigen eben auch nicht, wenn es mal gut läuft. Und wie wir jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen gesehen haben, 10, 20% Anstieg. Das interessiert irgendwie keinen. Aber wenn man dann 3% nach unten geht, das interessiert irgendwie alle oder so. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie das immer zusammenpasst. Klar, man kann ja sagen, das ist der dritt schlecht performste Coin innerhalb der letzten 90 Tage. Alles gut. Aber man muss einfach auch mal eben langfristig auf langen Skalen denken. Und wie viele Coins auch vielleicht vorher schon einen Anstieg gemacht haben, die jetzt aber überhaupt komplett weg sind, also die jetzt quasi auf Null sind, das beziehen die meisten eben auch nicht mit ein. Dann geht es noch weiter von SmokeDoc. Da hat er hier einmal Mastercard, eine aktuelle Präsentation aufgelistet. Und zwar im Bereich CBDCs. Da geht es logischerweise darum, dass da sehr viele Firmen schon reinschauen. Habe ich ja am Anfang des Videos hier auch schon besprochen. Und hier bei Mastercard Partner haben wir eben Consensus und auch Ripple aufgelistet. Consensus steckt hinter Ethereum und Ripple entsprechend mit XRP da auch am Start. Das sind also alles ganz, ganz große Player. Also zumindest mal keine kleinen Player, die alle dort involviert sind. Und wir können hier unten noch das Brasilien ziemlich schön rauslesen. Und da bin ich ja nach wie vor der Meinung, dass Brasilien noch so ein Kandidat für eine CBDC ist. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch ein Fun-Tweet. Hier einmal vom Maxis Club. Und zwar, das könnten wir jetzt sein, aber du hast gesagt, Bitcoin ist nicht real bei 500 Dollar. Ja, die Leute, die damals bei 500 Dollar gesagt haben, Bitcoin, das hat keine Zukunft. Ist doch alles irgendwie nur Internetgeld oder sowas. Die ärgern sich wahrscheinlich jetzt, denn sie hätten ihr Geld wahrscheinlich ordentlich vermehren können. Klar, ob man so lange gehalten hätte, wahrscheinlich auch nicht. Aber die haben auf jeden Fall einiges an Gewinnen verpasst. Das denke ich schon. Und deswegen gibt es da mit Sicherheit einige Leute, die jetzt auch ein bisschen sauer sind. Von daher, das könnten wir sein. Aber du hast gesagt, XRP ist nur Internetgeld bei 10 Cent. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Und bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.